Ich habe eine Maus gesehen, die Worte haben von Reise her. Sie packte ihren Koffer ein, was man schon braucht als Mäuselein. Auch Klopapier, ihr wisst wofür, auch Klopapier, ihr wisst wofür, auch etwas Speck, 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 kommt ins Gefäck. Speck, Speck, auch etwas Speck, 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 kommt ins Gefäck. Beck, Beck, gibt das Mikrofon, Ton, 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 das Mikrofon, Ton, 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 Ton. Ich habe eine Maus gesehen, sie wollte euch vom Reise geben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!